Hallo, zurück beim Minecraft-Story-Mode, wo wir auf der Suche nach etwas zu essen sind. Ich rede mal kurz. Ich untersuche mal kurz meine Gruppe. Oh ja, also wenn ich Hunger habe, dann werde ich richtig schlimm-garstig. Eieiei, also da würde ich mit mir jetzt selber nicht reden wollen. Don't starve, meine lieben Leute. Wir brauchen mal zu essen. Im Sumpf. Im Sumpf ist schlecht mit Essen. Im Sumpf findet man... Ja, was findet man im Sumpf? Pilze. Wir können nur Pilzsuppe machen. Eieiei, hier ist ein Hexenhaus. Habe ich das richtig gesehen? Die sind eigentlich nicht so schlimm, die Hexen. Oh Gott, hier gibt es eine Kartoffel? Ehrlich? Ansehen? Äh, Potato, die nehmen wir mal. Potato? Du kommst mit mir. Es ist nicht viel, aber es hilft. Oh, noch eine Kartoffel nehmen wir auch. Wie sie sagen, zwei Potatoes ist besser als eine. Ich denke, sie sagen das. Da unten. Hey Jesse, hast du noch Essen gefunden? Ich sollte wahrscheinlich, was ich habe, zurück in die Gruppe. Okay, ja. Da hinten ist ein Hexenhäuschen. Oh, da ist ein Kuchen. Moment, wartet. Ich bringe jetzt mal die Kartoffeln zurück. Ähm, die Hexenhäuser haben die Eigenart, dass, ähm, in der... Also am Tag, wenn man am Tag ist, dann passiert da nichts. In der Nacht spawnen dort Hexen. Sumpfwasser. Da kunden noch mal kurz das Sumpfwasser. Da sind noch mehr Kartoffeln. Na, ich meine, solange wir dem Häuschen nicht zu nahe kommen, dürfte das doch jetzt nicht so das große Problem sein. Hoffe ich. Vielleicht haben wir dann für jeden eine Kartoffel. So, haben wir schon drei Kartoffeln? Jawohl. Da hinten sind noch Pilze. Und da ist der Kuchen. Ja. Wollt ihr da eigentlich nicht hin? Oh, oh. Oh. Ja, das ist eine Witch. Hm, wir brauchen diesen Kuchen. 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 The cake is a lie, the cake is a lie. Ach, komm. Wir brauchen den scheiß Kuchen. Na klar. Komm mal hin. Die Truhe. Du hast doch die Truhe. Weil ich hab's nicht einig. So, Kuchen, Kuchen, Kuchen. Kuchen nehmen. Was ist denn... Oh, scheiße. Oh, oh. Wir haben noch einen Trank. Oh Gott. Ha! Ach, dieser Idiot. Oh, äh, Leute, ich hab Essen. Oh. Oh. Äh, wir haben so einen... komischen Trank. Können wir den nicht nehmen? Aber ich hab einen Kuchen. Ich hab keine Ahnung, er ist davon gelaufen. Er wird uns ein... Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Er ist aus der Witcheshut. Äh, seit wann sind eigentlich bei den Hexen Skelette? Oh. So sehen die aus. Ha! Ich habe jetzt was zu essen. Was mache ich damit? Oh, sehr schön. Ich hoffe, der ist nicht vergiftet oder so. Krasse Scheiße. Was ist schon einmal hier? Was ist das dort? Das sieht gar nicht so schlimm aus. Ist ja abgelegen. Ja. Okay. Okay, wir haben es geschafft, zumindest mal bis hierhin mit was zu essen. Mit Hexenkuchen. Oh nein. Oh ja ja ja. Oh ja ja. Oh ja ja. Ach komm. Na ja klar. Ach kommt. Wenn wir schon mal ein Labyrinth machen können, dann machen wir das auch. So schwer wird es schon nicht sein, hoffe ich. Aha. Aha. Wäre auch gut, wenn wir alle mal zusammenbleiben würden. Glaube ich. Also, kann ich natürlich auch in, aber... Na, Leute? Geht es da hinten lang? Wo geht es denn hier lang? Sehen die in Wirklichkeit auch so aus, diese Farlands so zerklüftet? Ich dachte mal das Nebel oder so. Okay. Das ist, äh... Wo richtig da war was? Ich würde es mir angucken. Huch! Nein! Ähm... Haha. Zombies! Ähm, ich kann nichts machen. Glaub ich. Klettern! Klettern! Ach, Trank der Sprungkraft! Hätte ich nehmen können. Tatsächlich. Eigentlich. Naja. Hoch die Ranken. Hoch, hoch, hoch. Cool. Jetzt können wir oben lang laufen. Ja, aber jetzt was? Wir sind alle separatiert. Äh, okay. Na, hoffentlich verlaufen wir uns hier nicht. Oh, was ist das denn da hinten? Das sieht voll schön aus. Hat er die Umschalttasse gedrückt, um schneller zu gehen? Äh, uh, haha. Fledermäuse, Fledermäuse. Warte, ist das denn? Kann ich da jetzt was angucken? Ivor's Hütte? Die sieht voll geil aus. Hey! Das muss sein Ivor's Lab! Ich wünsche, es war ein bisschen näher. Ah, das kann man wohl sagen. Hm, wo geh'n jetzt lang? Ich geh' hier lang, oder? Nee, das... Ach nee, da geht's noch weiter. Sehr gut. Hoffe ich mal. Ich geh' immer den blödesten Weg, weil kaputte Wände. Weil eigentlich ist der direkteste ja immer der schlechteste. Aha. Da geht's nicht weiter. Deswegen geh' mal einfach, weil hier lang weiter. Und hier ist Sackgasse. Kacke. Ah. Da geht's nicht weiter. Da lang ist doch aber auch Sackgasse, oder? Kann doch bestimmt nicht springen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da rüber springen können. Ne. Und hier ist auch Ende im Gelände. Ähm. Oh, na. Hallo? Achso. Dann gehen wir mal... ... bisschen ganz runter. Also diese schnelle Gehen ist auch nicht gerade monstermäßig schnell gut. Egal. Äh. Hä? Ähm. Ist ja ganz toll. Ähm. Da lang? Da war ne Spinne? Ah. Ah. Bitte erschrecke mich, die Spinne. Bitte, bitte. Bitte. Schon wieder ne fliegende Insel? Na, vielleicht sind wir aber richtig, hoffe ich. Uiuiui. Äh. Ach, guck, 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 guck. Lala, geh weg, du blöde Spinne, ich wusste doch. Oh. Sehr gut. Oh. Ei, 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 da ist unser Schwert hin. Das ist natürlich... Köcke. Ähm. Was machen wir jetzt? Oh. Kann doch hier, ne. Aber wir scheinen doch richtig zu sein. Sonst werdet ja mit der Spinne nicht passiert, oder? Eigentlich, wenn man denkt, man entfernt sich, dann ist das eigentlich richtig. Glaub ich. Jetzt gehen wir so ein bisschen am Rand lang. What was did it? Wasserfall? Aha. Okay. Okay. Oh. Hallo. Ich hab deinen Kuchen gegessen, der war lecker. Oh. Oh nein. Nein. Oh, okay. Cool. Ja. Na, zum Glück. Ich dachte ja schon. Und wer da unten? Waren die nicht oben? Verstehe grad nicht so. Ach, die Hexe. Ich wollte schon sagen, die Kuchen, aber nein. Das wäre ja sehr falsch gewesen. Koffeln sind hier richtig. Koffeln, Koffeln. Ich hab auch schon mal ein Labyrinth gebaut in Minecraft. Das ist gar nicht so einfach. Macht unheimlich viel Spaß, aber ich hab wie so ein... Ja, wie so ein kleinen Themenpark mal gebaut in Minecraft. So alles im Wunderland angelegt. Ja, sehr seltsam, ne, diese fliegenden Inseln. So. Hier kommt über Lava runter. Ich irgendwie... Also... Könnte sich mal die Kameraperspektive irgendwie ein bisschen ändern, weil langsam seht nicht mehr. Da geht's nicht lang. Oder wie? Kacke. Ähm... Also... Wenn ich hier ein bisschen rumhapple, liegt's daran, dass meine Tastatur neu ist. Äh... Und, äh... Das ist sehr ungebund. Für mich. Hä? Kann doch nicht hier wieder zurückgehen? Ich hab doch hier grad gegen die Hexe gekämpft, oder nicht? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Nee, das ist doch falsch. Falsch. Wo hab ich jetzt nochmal gegen die Hexe gekämpft? Und wir haben doch hier auch Olivia gesehen. Also kann's doch gar nicht so falsch sein. Und... Da könnte man sich eine fliegende Insel angucken. Hm. Aber hier geht's nicht weiter, ne? Oder sehe ich das falsch? Ah, okay. Was ist das denn? Ja, das freut mich auch. Abgrund. Wir sehen uns mal den Abgrund an. Wir haben immer noch diesen Trank. Okay, na dann gucken wir mal, was hier erstmal in der Truhe drin ist. Ja, sehr cool. Könnte man denn damit machen. Slime-Boy-Redstone-Lust. Einen Redstone können wir damit herstellen. Äh, verwenden. Tja, ich würde mal sagen. Das haben sie immer noch nicht hier. Das finde ich irgendwie... Ah ja, ein bisschen mühselig hier immer alles so reinzubappen. Ein Redstone-Block. Okay. So. Hier ist noch ein Schleim, weil der bringt uns Redstone-Maschine. Schleimblöcke. Was ist das denn da oben? Olivia! Ist das du? Nein! Habt ihr einen Ausweg gefunden? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Oh, okay. Wenigstens haben wir uns wieder gefunden, wir müssen Ivors Labor... Äh, ja, la-la-la-la, Ivors Labor müssen wir erreichen. Was sind Boote? Werden wieder rübergeschleidert? Werden wieder rübergeschleidert? Ach, Quatsch! Suche, ich kann das nicht sein, du machst das schon. Sehr gut. Lass mich fragen, wir brauchen einen Redstone-Block. Hm? Ach, Quatsch. Ah. Weiß ihr das Gegenteil? Sehr gut. So, prove her wrong. Show the world what you're made of. Prove her wrong? Jessie, she was the greatest Redstone engineer ever. She was in the Order of the Stone. Sure, but the Order are still people. Just like us. Right. Just like us. I mean, how are we the ones saving the world when even they don't have what it takes? Sorin and Ivor are always at each other's throats. the greatest warrior in history. Doesn't remember his own name. All I ever see Magnus do is argue. And we both know what happened to Elagard. If the Order can't do this, how are we supposed to? How are we supposed to do anything with nobody? All I know is, the world is depending on us. And maybe the world is in trouble. Oh, yeah. They defeated an Ender Dragon. Can you name even one thing we've done right? Uh. What do I mean managing to stay alive? Something that actually matters. Well, for starters, we're the ones who brought them back together again. You and I found Elagard together. We both played a role with Sorin. Yeah, I suppose that's true. Na dann, siehste. So unnützt sind wir gar nicht. Jetzt repariert das Ding da. Okay. Oh, okay. I'll try it one more time. Oh. 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 Ach so. Ja, klar. Okay, schön, dass es uns den Pisten schon mal gegeben hat. Dann brauchen wir ja nicht mehr so viel. Werkbank verwenden. Dann brauchen wir den Pisten. Und den Schleimer. Dann haben wir einen Sticky Pisten. Sieht immer aus wie ein Tisch, auf den drauf gekotzt wurde. Entschuldigung. Platzieren. Und, äh, platzieren. Habbig! Habbig! Oh, sehr gut, die anderen kommen. Da, was für ein Timing. Uh! Raus hier? Äh, äh, äh. Oh, die Zombies, aha. Ähm. Feuerstein und Stahl verwenden. Man könnte auch Feuerzeug dazu sagen, aber... Wir brauchen den... Wir haben da so einen Trank. Oh, nee. Geht wohl so. Krass. Äh, wie war das Angst? Ich hab auch Angst vorm Fliegen. Kann man sowas wirklich bauen? Ich hab auch Angst, dass ich fliege, Zorin. Wirklich? Ah! Nein, nicht wirklich. Ich wollte nur sehen, ob du beitest. Kann man sowas wirklich bauen? Funktioniert das bestimmt nicht, ne? Oh, ist ihm schlecht. Eieiei. Oh, mit Quarz sogar gebaut? Uiuiui. Noble, Noble geht die Welt zugrunde. Und mit Bedrock? Okay. Ach, wie cool. Hey, hey, hey. Cool, man macht... Sieht voll schick aus. Booby trapped! Alle klar. Los geht's. Lukas? Hat Lukas irgendwas zu sagen? Herr Ocelot, Mann! Ich hab auch Angst, du bist ein guter Freund. Pilzkuh! Pilzkuh! Potionology, Vol. 24? Haben die von ihnen das Enchantung-Buch? Ich glaube nicht so. Mhm. Wie die Labes Latte, die Blöcke leuchten, ist geil. Wenn die mal wirklich so machen würden. Petra? Ah, Petra sag ich schon. Olivia? Olivia, any luck? Not really. Ivor hat zu viele Bücher. Und es sind zu viele von uns, die wir schauen. Wir sind immer noch ein Team, natürlich. Ich würde mal sagen, da wir hier gerade eine hohe Minute haben, wo wir einfach nur wieder... ...was suchen müssen. Und mit den Leuten reden können. Mache ich kurz ein... ...hier. Ein Cut. Und unterbreche die Aufnahme. Und mache dann halt einfach im nächsten Part weiter. Und suchen weiter nach Ivor und nach dem Buch. Und... Puh. Na mal gucken, was uns da wieder für Steine in den Weg gelegt werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020